Musik 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 Das war's für heute. Das ist ein richtiges Beispiel. Hallo, ich bin ein bisschen zufrieden. Sprech, ab und zufrieden. Monica, helf mal, ich werde deinen Einsatz jetzt wieder schon. Eigentlich sollte man jetzt wenigstens frei und lieber, dann ist er wunderbar. Ein Fahrer, genau. Jetzt haben wir die Frage, ob er drückt oder ob er zu stehen lassen. Jetzt soll ich mal wissen. Das ist eine ganzische Sache. Wenn wir hier, dann kommt die Geschenkirche. Ich lenne den Trenster. Dann sind wir auch noch da. Die sind wieder gut. Dann wäre die Gruppe. Die Gruppe ist auf der Strecke. Die sind in Zürich. Der ist in Zürich. Der ist des Zürich. Das ist ein Schlapp. Der ist für den Zürich. Der hat die Gruppe ist. Jawohl, das ist mal. Das wird das noch mal gemacht. Weißt du, das ist ein... Ich war... Ich war... Ich war... Ich war... Alle zur Monika gucken! Die Monika! Zur Monika! Halt noch mal! Das war eine ganze Serie! Ja, war mal gut! Das war eine ganze Serie! Der Tag wurde abgesagt! Das könnt ihr doch mal Fragen machen! Der Bichette! Das ist auch noch mal richtig! Nein! Wir für den! Das ist schwer! Du, der Gäste! Das ist ein Bruder! 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 Lecker! Lecker! Matthias, Kommentar! Lecker! Lecker, Werner! Das ist ein Bruder! Ich glaube hier... Sie sind die Öppliehl! Ich bin ein Buch!